Papst Franziskus ist ein Mann der Zeichen. Jetzt hat er mit seinem Ablass für Frauen, die abgetrieben haben, ein starkes Zeichen gesetzt. Dass es Vergebung für diese Frauen geben kann, dass sie nicht vom Heil ausgeschlossen sind, wenn auch nur im Heiligen Jahr. Wie gesagt, es ist ein Zeichen mehr nicht. Aber damit bleibt alle Schuld für eine Abtreibung wieder mal an den Frauen hängen. Wir Männer sind fein raus. Dabei sind wir es oft, die Frauen alleine lassen, die nicht zum Kind stehen. Es ist das gesamte Umfeld schwangerer Frauen, das manchmal wenig lebensfreundlich ist. Die Familie, die Chefs, die Kollegen, die Nachbarn, alle zusammen sind wir schuld daran, wenn eine Frau abtreibt. Sie selbst natürlich auch, wenn sie kein Zutrauen auf eine gute Zukunft hat. Aber wir als ganze Gesellschaft haben auch an diesen Ängsten unseren Anteil. Der Ablass, der erst mal für ein Jahr gilt, ist ein Zeichen der Barmherzigkeit des Papstes. Unsere ganze Gesellschaft ist es aber, die Schwangere Frauen allein lässt, wenn sie abtreiben. Nicht nur sie brauchen den Ablass. In Sachen Abtreibung brauchen wir ihn genauso dringend. In Sachen Abtreibung Vielen Dank.